Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfairer. Ich bin Chaos Lady, ich zeige euch wieder, wie ich bewerte, aber erstmal gehe ich auf die Statistik ein. Seit der letzten Folge habe ich 32% auf meinem Upgrade verdient und habe 28 Bewertungen durchgeführt. Da zielt noch einiges nach, weil ich auch mal eine Zeit lang viel mehr bewertet habe. Jetzt war es halt mal wieder ein bisschen weniger. Aber ja, die Prozente sind dann halt drüber. Das ist aber völlig normal. Auf der Wayfairer-Medaille habe ich auch wieder 29 Punkte dazubekommen, also funktioniert auch. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir direkt in die Bewertung, stellen das Ganze hier gleich nochmal richtig ein. Das ist nicht die richtige Entfernung. Wähle den richtigen Standort aus. Ähm, theoretisch dahin. Ich habe aber das Gefühl, das ist jetzt, das hatte ich schon mal. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Anscheinend wurde das jetzt hier erneut wieder eingereicht, vermute ich mal. Was das ist, weiß ich gar nicht. Wandbild. So, absenden weiter. So, äh, hier haben wir ein Straßenschild und derjenige versucht selber zu erklären, was diese, dass diese Person was Besonderes ist. Aber dieses Straßenschild ist, ähm, leider nichts Besonderes. Auch wenn der Name vielleicht was Besonderes ist, aber, äh, mit Infoschild hätte ich es gerne angenommen. Ohne Infoschild, nein. Massenproduktion wären wir, dann wären wir nämlich wirklich bei Massenproduktion. Dann könnte man es ja bei jedem Straßenschild könnte man es ja sonst machen. Also, Massenproduktion. Ach nein, als Ablehngrund wäre schön. Als Ablehngrund. Was ist das? Ist aus Belgien. Und deswegen etwas schwierig, äh, aber ich denke, das ist irgend so eine Wanderroute oder sowas. Ja, Route steht ja zumindest hier im Namen, also von daher sollte das passen. Achso, das ist immer noch zu klein. So. So, richtig. Also, historisch-kulturell, jawohl. Optisch einzigartig, ja. Auch wenn es eine Serie ist, würden wir sowieso alle fünf Sterne geben, damit es schnell aus der Bewertung wieder rauskommt. Also, sicherer Zugang, davon muss ich jetzt ausgehen, dass das hier, ähm, auch, ja, eher ein Wanderweg ist als eine Autofahrstrecke. Aber davon, ja, davon muss ich jetzt ausgehen. Standort stimmt auf jeden Fall. Und, das ist, ich sag jetzt ein Wanderweg. Absenden, weiter. Oh, ja. Ein Spielplatz, auf dem man seine Balance halten kann, sozusagen. Ah, es gibt sogar ein Infoschild dazu. Also, scheint sogar auch was für Erwachsene zu sein, ist also, könnte also genauso gut auch eine Fitnessstation sein. Die auch noch nicht im Spiel ist, gut. Historisch-kulturell, jawohl. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. Ja, komisch, wenn nicht, ne. Das sieht ja mal interessant aus hier. Sehr, sehr interessant. Aber schade, dass man das jetzt hier überhaupt nicht sehen kann. Wie sieht's, ah, aber hier kann man's ohne Probleme sehen. Naja, okay. Also scheint, der Standort stimmt auch zu 100%. Konnte man auch gut sehen. Fitnessstation. Fitnessstation. Und weiter. Sehr schön. Und wieder Standort verschieben. Na toll. Das ist wirklich nicht viel. Da müsste man jetzt eigentlich auf die S2-Zellen schauen. Da das jetzt aber Frankreich ist, ist mir das jetzt egal. Dahin. Weiter. Gib mir was anderes. So, okay. Navigationskarte. Ich gehe nicht davon aus, dass auf dieser Navigationskarte irgendwie... Irgendwie, äh, na, äh, wie heißt das? Sehenswürdigkeiten draufstehen. Kann man... Es sind nämlich, soweit ich weiß, sind das hier alles nur Orte. Falls man irgendwas sucht. Oder Straßen oder keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Aber keine Sehenswürdigkeiten. Aber hier geht's eigentlich auch gar nicht darum, das zu bewerten, sondern eigentlich, um es zu verschieben. Ähm, haben wir hier ein Street View? Nein, schade. Also dahin auf gar keinen Fall. Weil man sieht ja, dass diese Tafel auf grünem Grund steht. Das heißt, der oder der wäre auf jeden Fall richtig. Ich kann hier sogar was Weißes auf Blitzen sehen. Also würde ich sagen, das ist der absolut korrekte Standort. Gibt es Navigationskarte noch? Navigationsschild. Tatsächlich gibt es sogar. Dann nehme ich das mal. Kinderparkursstation. Hüpf-Spaß. Ja. Ein Österreich. Das Umgebungsfoto soll uns jetzt das zeigen, was uns das Schild sagt. Also vermutlich ist aber keine gute Idee. Ich würde euch immer empfehlen, schaut, dass der Kandidat mit auf dem Umgebungsfoto immer mit drauf ist. Sonst kann es sein, dass man den Ort nicht bestimmen kann. Also es ist jetzt auch so schon schwer, das zu bestimmen, weil das halt anscheinend quasi im Gestrüpp steht, das Schild. Mal sehen. Aber solange hier alles grün drumherum ist, sehe ich da kein Problem. Sowas lehne ich dann halt auch nicht ab. Also historisch-kulturell ja. Optisch-einzigartig ja. Auch wenn es eine Serie ist. Man sieht es ja. Sicherer Zugang natürlich. Hups. Da ist mir das Handy aus der Hand gefallen. So. Ob der Standort stimmt, wissen wir nicht. Müssen wir drei Sterne für geben. Und... Am, am, am. Was machen wir hier? Fitnessstation, oder? Ist zwar für Kinder, aber Fitnessstation. Ach, Fitnessstudio, ja genau. Ganz bestimmt. Und Erholung im freien Fitnessstation, weiter. So, was haben wir hier? Hochwasserschutz. Ein Infoschild zum Schutz von Hochwasser. Was hier alles gemacht worden ist. Oder einige Informationen, technische Daten. Ja, ist ein Wayspot auf jeden Fall. So wie es aussieht, hat hier der Sommer schon gut zugeschlagen. Im Hintergrund ist die Wiese schon verbrannt. Oder sie haben einfach nur frisch gemäht und haben das ganze Gras da liegen gelassen. Und jetzt sieht es auch aus, als wäre es so. Okay, das wäre natürlich auch eine Sache. Spannende Informationen. Müssen immer Adjektive davor gesetzt werden. Also, historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. Das wird auch eine Art Wanderweg sein. Die Tafel ist wahrscheinlich hier. Ist also wenige Meter verschoben. Ist okay. Im Sterne. Ich glaube, dass das wirklich diese Tafel ist. Und das ist ein Hinweisschild. Absenden weiter. So, ein paar Fotos. Die beiden Fotos sind vom selben Objekt. Deswegen okay. Und auch beide sind gut belichtet. Jawohl. Hier haben wir zwei Bilder. Die sind absolut identisch. Und eigentlich sogar überbelichtet. Aber ich würde es trotzdem vielleicht drin lassen. Okay, es sind sogar mittlerweile schon drei gleiche Bilder. Und ich werfe die raus. Ich finde, aus meiner Sicht muss das nicht sein. So, was ist das hier? Keine Ahnung, was das hier ist. Das überspringen wir mal. Das ist Frankreich gewesen. So. Was machen wir hier? Kleiner Imker. Noch eine Infotafel. Ist zwar ein Schaukasten. Aber das Problem ist, derjenige hat sich ungewollt sehr gut abgelichtet. Erkennbares Gesicht. Obwohl er eine Maske trägt. Ich würde sagen, ja. Sicher ist sicher. In Zweifel lieber ablehnen. Erkennbares Gesicht. So. Nächstes. Du mich auch. War ich wieder zu schnell, ja? Ich bin halt schnell. Meine Güte. Das soll ein Park sein. Park ohne Schild ist leider nicht möglich. Das kann jeder behaupten, dass das irgendwie ein Park ist. Wie man sieht, sind... Aber was ich hier in diesem Park sehe, sind vor allem eigentlich nur Strecken. Sehr dicke Strecken, komischerweise. Keine Parkbänke. Ja. Da fehlt so einiges, finde ich. Nee, aber das geht leider nicht. Schön wär's, wenn man einen Park einreichen kann ohne Park. Da muss man irgendwie gucken, dass man in den Park irgendwas reinbekommt. Eine Skulptur oder so. Park ohne Schild. Okay. Dann haben wir hier wieder ein Titel. Ah, ein Titel auf Deutsch. Aussegungshalle. Kalbershausen. Und Kalbershausen ist schon mal gleich. Ich denke mal, das soll zusammengeschrieben sein. Das ergibt sonst... Sonst ergibt das erste Wort irgendwie nicht wirklich so viel Sinn. Dann haben wir hier wieder in Frankreich einen Brunnen, der Blümchen hat. Wo ist denn dieser Brunnen? Der ist direkt an der Straße. Ja. Von hier aus, ja. Ein Brunnen muss ja nicht immer Wasser haben. Es soll ja einen alten Brunnen darstellen. Also von daher passt das. Ist auch sicher erreichbar, meiner Meinung nach. Hier gibt es hier... Hier gibt es gar keine Wayspots. Wow. Da gibt es noch nicht einen einzigen Wayspot. Und ich kann den Kandidaten nicht sehen. Es gibt auch kein Street View. Schwierig. Umgebungsfoto ist jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass ich das jetzt hier vielleicht leicht erkennen könnte. Auf der anderen Seite ist doch zumindest mal ein kleines Haus. So. Aber hier ist ja gar nichts. Ja gut, hier drüben vielleicht. Achso, vielleicht ist der Brunnen hier und in die Richtung fotografiert worden. Ich habe da Schwierigkeiten, den Ort zu bestimmen. Und werde das auch dementsprechend halt anklicken. Leider. Okay, nächstes. Ah, ein oder zwei Stück können wir noch machen. Äh, nein. Das ist kein Wayspot. Das ist einfach nur ein Verkehrsschild-Spiegel. Eigentlich Verkehrsspiegel. Warum sollte das ein Wayspot sein? Schön wär's. Außerdem auch Massenproduktion. Also, Massenproduktion. Absenden. Weiter. Oh, ja. Das ist ein Wasserturm wahrscheinlich. Ein interessantes Gebäude. Das kann man machen. Das kann man meistens auf dem Satellitenbild eher kennen. Ist auch sicher erreichbar. Ist nicht an der Autobahn. Auf dem Street View kann man das hier schön erkennen. Man kann sogar dran vorbeifahren, sage ich jetzt mal. Das hat auf jeden Fall was. Standort stimmt auch. Ich sage, das ist ein Wasserturm. Ich hab keine Ahnung, ob das stimmt. Absenden. Eins schaffen wir noch, oder? Eins machen wir noch. So, das sieht eher nach einem Spielplatz aus. Da steht aber irgendwie Park. Okay. Franzosen haben immer solche interessanten Spielplätze. Sie sehen immer manchmal ganz anders aus. Ist der wirklich öffentlich? Ist so ein bisschen eingekerkert hier. Der Spielplatz. Irgend so ein Innenhof oder so. Es sei denn, da kann man das Schild hier hinten nicht lesen. Es wird schwierig wahrscheinlich, den zu erkennen. Also, das ist Video-Technisch sowieso nicht. Der ist irgendwo mittendrin zwischen den ganzen Häusern. Ich hab keine Ahnung, ob man den erreichen kann. Hallo. So, wir gucken mal. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind, glaube ich, gar nicht in Frankreich, oder doch? Doch. Ja, Monaco. Wahrscheinlich genau an der Grenze. Quasi an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Okay. Das könnte genauso gut ein Spielplatz vom Hotel sein. Und, ja, da kommt man halt als Außenstehender meistens nicht so einfach hin. Man muss doch schon ein Hotelgast sein. Zugang für Fußgänger ist meiner Meinung nach nicht vorhanden. Hat jetzt aber mit Sicherheit eigentlich nichts zu tun, sondern dass das vielleicht nicht öffentlich ist. Also könnte man eigentlich auch privates Wohngelände auswählen, weil es gibt halt sonst keinen anderen, oder? Gibt es einen anderen Ablehngrund, sodass derjenige weiß, oh, die Leute können nicht erkennen, dass man da hinkommt. So, ein kleines Boot mit Pflanzen drin. Ja, wurde in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal angenommen. ist ja jetzt hier auch schon im Spiel. Hier geht es um den Titel und da ich mich nicht mehr mit der französischen Schreibweise eh nicht auskenne, dann lasse ich das. Nichts. Ich wollte eigentlich Schluss machen, genau. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Ah, das ist ein Rathaus. vom Rathaus ist ja jetzt mal eben schnell durchgeklickt. Das ist ein Rathaus. Schade, dass... Also, mir hätte das Foto hier jetzt als Wayspot tatsächlich mehr gefallen, aber okay. Derjenige hat sich für was anderes entschieden. Das Rathaus ist auch schon kartentechnisch eingetragen. Das ist auch sehr schön. Sweetview sagt auch, dass das alles stimmt. Und dann können wir hier noch Rathaus eingeben, anklicken und dann war es das an der Stelle. So, schauen wir uns auf die Statistik an. 67%, das heißt, 1% habe ich dazu gewonnen, während ich hier euch das gezeigt habe. Und es waren, was, 19 Bewertungen? Das ist ja... Ne, doch, 19 Bewertungen. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich in 15 Minuten 19 Bewertungen durchziehe. Normalerweise sollte man nicht so schnell bewerten. Schaut immer, dass ihr pro Bewertung mindestens 20 Sekunden drauf seid, sonst bekommt ihr schnell Timeouts. Ich bedanke mich, recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal in der Videobeschreibung. Findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.